Neun, zehn, danke, danke, danke. Waren? Haben Sie mal geboxt? Es gibt keinen Sport, der wie dieser Angriffsgeist die gleiche Masse fördert. Blitzschnell, Entschlusskampf verlangt und den Körper zu stählerner Geschmeidigkeit erzieht. Mein Kampf. Und Sie, Professor? Nein, leider, nein. Obwohl, als Kind wurde ich oft verhauen. Fünf, sechs Jungs, die sich einen Spacht daraus machten, mich auf dem Heimweg abzupissen. Warum wehren Sie sich nicht? Und wehrt der Jode sich nicht? Warum lasst der Jode euch ohne Widerstand deportieren? Habt ihr keine Wut? Keinen Mumm? Seid ihr zufrieden? Bleiben Sie, Dr. Morell. Das ist nur ein kurzer Lock-out. Zusehen. Zusehen. Herr Hitler? Herr Hitler, hören Sie mich? Linge. Linge, schauen Sie mal rein beim Führer. Zusehen. 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 Zusehen.